Hallo Leute, ja hier Folge Nummer 42 glaube zum zweiten Mal jetzt, weil eine Folge Standbild war die ganze Folge. Ich habe nur den Ton kontrolliert, habe leider nicht darauf geachtet, ob das Bild läuft oder nicht. Da ist wohl was beim Aufnehmen schief gelaufen. Ich habe nochmal gecheckt und beim Rendern war es schon die Originalaufnahme war nicht in Ordnung sozusagen, oder? Ne, die Originalaufnahme war schon nicht in Ordnung, genau. Ich habe alles nachgeguckt, kein Sinn, muss ich nochmal drehen. Wir sind jetzt wieder in einem Spielstand davor sozusagen. Und ich muss dann nochmal gucken. Ich weiß zwar nicht mehr, was wir dann gemacht haben, aber wir machen es einfach nochmal und gucken nochmal hier rein. In Achim zum Beispiel, da stehen 31 Käste. Ich glaube, wir hatten vor allem die Linien kontrolliert, ob da die Züge auch passend drauf sind. Aber nach dem Logo gehen wir aufs Großbild. Hoffentlich läuft es dann noch. So, hier sehe ich jetzt keinen Zug gerade, aber WSD sollte man nicht nehmen. Das ist bei dem Spiel immer gefährlich. Und der Zug läuft auch noch in der Aufnahme, müsste also klappen. Wie voll ist der denn gerade schon mal? Okay, 38. Das heißt, hier ist jetzt nicht so schlimm. Ja, die Linie haben wir auch angepackt gehabt, das weiß ich noch. 41, 43. Also wird angepackt in dem Sinne, dass wir geguckt haben. Und wir sind mit den Zügen aber zufrieden gewesen, das weiß ich noch. Und hier die beiden. 55. Okay, der müsste jetzt nach hier unten fahren, weil da auch schon einer kommt. Hier 49, das sieht alles ganz gut aus. Und er hat leider niemanden mehr. Das ist der Zug, der den Rest immer mitnimmt. Okay, schauen wir hier nochmal in die Kutsche. Da ist nichts drin. Und in der Kutsche ist auch nichts drin. Dann ist die letzte Kutsche wahrscheinlich auch leer, oder? Nee, die letzte hat tatsächlich vier Fahrgäste drin. Dann muss ein Schiff angekommen sein, während die anderen beiden noch nicht da waren. Hier stehen 16 und die wollen alle rüber, ne? Nee, nach Bad Mergentheim. Hier runter, Frischdorf hier runter. Nö, die sind gerade abgeliefert worden von dem Schiff da wahrscheinlich. Und wie viel hat das dran? Sechse, okay. Geht erstmal. Da kommt auch schon das nächste und hat Viere da dabei, okay. Okay. Gibt es noch mehr Schiffe hier? Ja, da kreuzen sich auch gerade zwei. Ja, das ist zum Beispiel voll. Das fährt aber weg. Und das, was kommt, hat auch zwei, okay. Jetzt müsste man wissen, wo die anderen sind. Ah, da ist es. Dann sind wir ja schon auf dem richtigen Weg. Das ist tatsächlich auch voll. Und hier ist auch schon der Hafen, wo es herkommt, ne? Und wie viel stehen da? 30. Ettingen, Rathaus, Achim, Achim, Bad Mergentheim, Binde, Friedrichsdorf, Gütersloh. Okay, die wollen alle mit dem Schiff hier weg. Hier, ja, 29, 29. Ich weiß nicht, ob da sich welche hinstellen oder nicht. Ist jetzt auch nicht so wild. Ah, Bayreuth müssen wir mit dem Zug anschließen. Das hatten wir in der Folge auch gemacht. Tante Mimis Aussage war das. Der Zug hat neun Fahrgäste. Okay, und wie viele fahren zurück? Ah, 13. Okay, das geht ja schon mal. Hat er schwarze Zahlen? Ja, ne? Oder? Ja, der hat schwarze Zahlen. Alles gut. Ist also easy going hier. Gut, ich glaube, ich muss es nicht nochmal kontrollieren. Die Schiffe, weiß ich gar nicht mehr, ob ich die reingeguckt habe. Hier sind drei drin und da sind sechs drin. Das läuft auch. Das sind auch schwarze Zahlen. Das geht. Hier steht jetzt wahrscheinlich... Doch, da stehen tatsächlich wir hier. Aber die wollen nach Erlangen zur Burg. Das heißt, die wollen hier über Land. Und Willensdorf Burg, da müssen sie mit dem Schiff weg. Aber das Schiff muss von hier kommen, damit sie da wegkommen. Und das ist schon voll und dann... Ja, okay. Dann wissen wir da Bescheid. Hier stehen drei Passagiere. Die wollen zum Hafen. Die werden jetzt auch dann abgeholt wahrscheinlich. Vier sind dann noch, die weiter zum Burg wollen. Wie wir stehen dann an der Burg? Oh, 27 Passagiere. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Und die fahren da erst noch hin. Ja, das ist krass. Und da sind fünf von sechs dann. Und, oh, warte, ich sehe gerade, da ist ein Häuschen daneben. Das ist vielleicht beim letzten Mal nicht unbedingt da gewesen. Oder es war doch da und ich habe es nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Das bedeutet, wir werden jetzt hier... ...Straßen bauen müssen. Für die Kutsche. Eins, zwei, drei. Da muss die Bushaltestelle hin. So sie geht's, oder? Und die kommt dann da hin und deckt das ab. Wunderbar. Und dann müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ja, ich weiß nicht. Schwierig, ne? Soll ich jetzt... Ja, doch, wir setzen noch eine... Das ist ja nur eine kurze Strecke wieder hin und fährt. Wir machen das mit der Burg, glaube. Oder? Ja, machen wir Erlangen, Erlangenburg. Obwohl, nee, wir machen eine extra Linie besser davon. Das gefällt mir so nicht dann. So, die schnelleren Pferde mit der schnelleren Kutsche. Das brauchen wir nur eine sein. Fahrplan ist hier. Muss ein neuer Fahrplan sein. Neue Linie. Hinzufügen ist hier. Nach da. Und Linie heißt... Stadtbus Erlangen. Gut. Na, ja, da oben steht's. Dann passt's. Ist da. Ist da. Und starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. Achso, okay, dann müssen wir das hier oben noch... Stadtbus Erlangen machen. Da ist er. Und dann starten. Findet keinen Weg. Was haben wir falsch gemacht? Hier ist doch alles gut. Statt Bus Bünde, da ist was daneben gegangen. So, jetzt findest du einen Weg, ne? Ja, genau. Okay, da ist das geklärt. Achso, wir wollten noch gerade schnell... Wir werden nicht diese Kutsche nehmen, sondern wir wollten hier hin. Definitiv noch ein Gespann. Ah, nicht ein doppeltes... Oder fahren die dann schneller? Ne, fahren nicht schneller. Busser, Kutscher... Und... Erlangen Burg. Riminalbus muss das aber sein. Erlangen, Erlangen Burg. Da ist es. Passt, passt. Kopieren, starten, starten. Wir können ruhig zwei drauf... Da waren 30 oder so was. Das ist eine Haupteinnahmequelle hier jetzt gerade, die Burg, ne? Mit so vielen Passagieren. Das passt schon. Hier, das Schiff, das hatten wir da schon. Das hatten wir bestimmt schon. Ja, das ist voll. Welche Linie ist das? Erlangen? Hafen nach Schwarendorf. Wald, okay. Gibt es da noch mehrere oder gibt es da nur einen? Ja, da ist, glaube ich, noch einer. Ja, da ist noch einer, der ist auch schon voll. Und der da ist auch da hin. Ist auch voll. Sieht so aus, als ob jetzt diese Schiffsfahrtlinie sehr unter Last ist. Nach Erlangen Burg 3, Rathos 4. Ich weiß nicht, ob die da nicht auch alle hinfahren, weil ich schätze mal, dieses hier, dieses Schifflein, das ist jetzt leer, ne? So sieht's aus. Machen wir gerade schneller, fährt bestimmt keiner mit. Nach Willensdorf Burg, die fahren woanders hin. Das heißt, die fahren tatsächlich nicht mehr hier lang, sondern die fahren alle übers Wasser. Hier wird nur nach Schwarendorf gefahren, wenn überhaupt da einer ist. Das ist prinzipiell nicht gut, ne? Weil, teuer. Aber, schwarze Zahlen, knapp, oder? Ne, nix, knapp 286.000. Naja, der hat das wahrscheinlich schon viel früher eingefahren, als die Schifffahrtslinie noch nie da war, ne? Wir stehen hier 34, das geht aber okay. Dann können wir das aber auch noch so lassen. Und das Schiff hier ist leer und hier steht niemand. Okay, das passt erst mal so weit. Ja, Erlangen. Was machen wir mit Erlangen und dem Hafen? Lippstadt war da. Lass uns nochmal nach Erlangen und gucken, wie viele da drin stehen. Hier. Ja, Lüneburg. Bin N. Willensdorf. Sind jetzt nicht so viele da, ne? Da ist noch einer fürs Rathaus drin, ne? Und da. Auch noch welche fürs Rathaus. Ich glaube, ich mach mal so, dass wir noch ein Schiff dabei machen, oder? Weil hier kommen auch wieder welche nach Erlangen gefahren, ne? Hatten wir hier nicht auch noch ein Depot gebaut? Ja, da ist es. Fähre. Fahrplan. Erlangen, Schwandorf, Hafen, starten. Setz mal noch einen da drauf, ne? Besser ist das. Gut. Fährt noch, fährt noch. Okay, hier sind wir dann durch. Ich würde jetzt mal gerade die Karte aufrufen und wir gehen mal von hier los. Da haben wir an den Dingen ist nichts gemacht. Wir gucken noch mal hier rein, ob hier sich was erbaut hat. Nein, hat es sich nicht. Dann sind wir hier in Bad Zwischenarn. Ist abgedeckt. Dann Gütersloh. Ist abgedeckt. Lüneburg war hier. Ist abgedeckt. Dann Neubrandenburg. Ist abgedeckt. Köln da. Na, knapp daneben, ne? Hier ist Köln. Ist auch noch abgedeckt. Dann haben wir Jena hier. Ist auch abgedeckt. Königsbrunn ist hier. Ist abgedeckt. Dann war hier Achem. Ist auch abgedeckt. Bad Mergetheim ist hier. Ist abgedeckt. Dann ist hier ein bisschen weiter nördlich Friedrichsdorf. Passt. Dann haben wir hier das Örtchen Schwandorf. Passt. Hier oben war auch alles okay, ja? Hier bei Erlangen hatten wir eben schon gemacht. Die Erweiterung. Passt. Lippstadt war hier. Passt. Dann sind wir hier bei Windsdorf oder Willensdorf. Passt. Okay, dann sind wir hier bei Ettlingen. Passt. Bünder. Passt. Mittig. Passt. Und dann sind wir bei Reut. Hier war das. Ja, passt. Und jetzt müssen wir hier noch den Hafen bauen. Die, 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 diese Strecke umbauen. Das hatte Tante Mimi ja gesagt. Gleise. Diese. Wir fahren einfach hier raus und fahren einfach da rum. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch so gehabt hatten. Aber es könnte so ähnlich gewesen sein. Hier machen wir jetzt. Achso, nee, da dürfen wir kein Ding ins machen. So, nee, da müssen wir noch einen Bahnsteig machen, ne? Und den setzen wir einfach hier hin. Und dann passt das schon, oder? Ja, so müsste das gehen. Zweierhalt brauchen wir, damit das geht. So, und dann müssen wir die Linie ändern. Da gehen wir hier in den Dingens rein, in die Linie. Und das war irgendwas mit Bayreuth, Kirche, Hafen. Das müsste der sein, oder? Ach, nee, das ist, doch, nee, das ist der Regionalbus. Und den müssen wir wegmachen, den Regionalbus, ne? So, Fahrzeugliste. Ja, ist nur einer, ist gerade leer. Das heißt, Fahrzeugdetails ausmustern, dann ist der weg. Und das können wir dann auch machen. Und dann können wir diese Linie auch definitiv löschen. Dann ist die schon mal weg. Und achso, ja, jetzt hätte ich den Fehler von damals korrigieren können, weil da hat man den, ne? Ja, egal, jetzt nicht schlimm. Dann machen wir das so. Und so, weil das kostet ja nur extra Geld, haben wir gesagt. Und jetzt müssen wir noch mal in die Linie rein. Und zwar jetzt müssen wir mal die Zuglinie natürlich haben. Bayreuth, Wittich, Bünder, Edling. Das ist der Fahrplan, den wir brauchen. Und dann machen wir hier hin. Und dann müssen wir da hinzufügen nicht machen, sondern einfügen. Diesen Hafen. Und dann müssen wir wieder hinzufügen machen. Mal nach Rathaus, Bayreuth, Otto Kirche, dann Bayreuth, Hafen. Und dann genau wieder hier hin. Dann ist die Linie jetzt richtig angepasst. Sollte funktionieren. Das ist das, was die Tante Mimi haben wollte. Das haben wir jetzt auch erledigt. Gut, und ja, die Folge dreht sich auch noch da rechts, wie wir sehen. Das ist schon mal gut. Die Züge fahren noch. Ich hoffe, dass es bleibt auch so bei der Aufnahme. Nicht, dass ich hier den Kontrollbildschirm sehe, dass der funktioniert. Und leider die Aufnahme nicht funktioniert. Das wäre echt ärgerlich. Dann weiß ich auch noch nicht, woran es liegt. Dann habe ich ein großes Problem, das rauszufinden. So. Sieht erstmal alles gut aus, ne? Ist diese Straße hier? Ich glaube, das habe ich vielleicht sogar mal vom Wax, ne? Kann das sein? Komm, mach das mal so, hier. Das gefällt mir so nicht. Machen wir mal so. Jetzt ist die Straße angeboten. Vielleicht baut sich das dann auch schneller. Weiß ich nicht. So, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Karte hatten wir unten angefangen. Ne, hier war die Karte. Da haben wir, glaube ich, angefangen, ne? Das war alles safe, ja. Gut. Wenn du die Glocke ankriegst, damit wir jetzt das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020